Nur mal so eine kleine Info für euch und zwar, warum keine Crossfire-Videos mehr kommen. Zurzeit ist es irgendwie so, dass Fraps eben halt als Hack bezeichnet wird. Ihr seht es auch, ich habe hier ein Screen von dem irgendwie überreagiert Xtrap auf einmal und irgendwie wird Fraps DLL als Hack oder sowas als Tool oder als Modifikation in diesem Programm angesehen. Davor ging es einwandfrei und jetzt machen die so eine Kacke, dass Fraps irgendwie nicht geht, weil, naja, ich denke mal, ganz viele Hacks oder alle Hacks enden irgendwas mit DLL und jetzt wird Fraps DLL das so eben halt gekennzeichnet und ich denke mal, die verlassen sich viel zu viel auf DLL und ich glaube, es werden jetzt auch zukünftig erstmal keine Videos kommen. Ich werde auf jeden Fall weiter versuchen, damit es zukünftig auch geht. Aber bis jetzt kann ich nichts machen. Ich kann jetzt nur abwarten und euch mit anderen Videos entertainen. Also schaut einfach mal bei den anderen Videos dabei, äh, vorbei und... Ja, das war's von mir. Es tut mir leid und wir sehen uns im nächsten Video. Tschö. Tschö.